Ah, wir haben ein Problem, Leute. Ich träume extrem selten, aber heute Nacht hatte ich einen komplett klaren Traum. Und das ist kein Witz. Ich hab geträumt, dass die Clash of Clans Server, die sind ja immer 30 bis 45 Minuten down, dass die Clash of Clans Server über 24 Stunden down waren. Dadurch kann ja niemand seine Sammler und Gold und sowas leeren. Und niemand kann angreifen und was stehlen. Und ich hab irgendwie geträumt, dass ich Zugriff hatte, weil ich irgendwie Supercell Partner bin. Und ich konnte nur mal weiterspielen und es war der krasseste Loot in der Geschichte der Menschheit. Und ich hab in einem Stream meine Mauern gemaxed. Das hab ich geträumt. So süchtig. Ich hab aber auch bis vorm Einschlafen geclashed. Ich bin quasi beim Clashen eingeschlafen. So ein süchtiger Traum. Holy shit. Digga, bin ich froh, wenn die Mauern maxed sind und die Helden maxed sind. Dann wird das wieder ein bisschen chilliger. Das ist krank.